Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Kochshow. Eigentlich ist es unsere erste, aber das klingt besser. Heute zeigen wir Ihnen ein Rezept, wie man für Kinder, dass sie die Klappe halten. Das Rezept ist sehr nützlich für Eltern, die zu sehr gestessen. Oder einfach Alkoholiker sind. Okay, heute fange ich an und werde morgen fertig. Okay. Dann nehme ich erstmal ein bisschen Brot. Das ist immer lecker und naheweig. Das brauche ich alles hier rein. Das sieht heute sehr lecker. Hoffentlich gefällt es den Kindern. Also, mir hat es früher nicht, doch, das hat mir, doch, ja, das hat mir gefallen, ja. Ich mache es so schön klein, so. Und, dass das Kind auch genug Eiweiß hat, ein Ei. So, sieht doch sehr, sehr lecker aus. So, und jetzt werfe ich es weg. Sascha, welche Tonne soll das Ei? Und dieser? Sascha, du als... Aber ich mache es auf, ich gehe 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 es auf. Ich gehe es auf, ich gehe es auf. Okay, alles gut. Jetzt gehen wir das noch, nachdem ich halte es auf, so schön. So schön. Okay, jetzt kommt das hier rein. Scheiße! Scheiße! Aber das ist so nett. So, ist das okay? Und dass es auch schön vollkommig ist, gibt es meistens vollkommig. Das ist genug. Soll nicht zu vollkommig sein. Und weil Kinder Ketchup lieben, Ketchup. Ketchup. Und dann Mayo, weil es das viel Fett hat. Um genau zu sein, 80% Pflanzenfett. Und dass die Kinder auch schön die Klappe halten. Das war. Das war ein bisschen zu viel. Und jetzt kommt noch Waldhonig. Gut? Ja. Uh, lecker. Ja. Und dass es richtig gut ist. Gut jetzt sogar. Du musst oben aufmachen. Und dann drehen. Ich weiß, ich kann gut kochen. Ja, wirklich gut. Sieht echt lecker aus. Davon halten Kinder auch schön die Klappe. Wenn du das gegessen hast. Okay, dann kotzen die auch. Welche soll ich nehmen? Egal. Ein zu viel drin ist. Hier ist viel. Dann kommt noch Schokolade. Schokolade. Pulver. Das ist Kakaopulv. Oh, wie perfekt. So. Das muss richtig gut schmecken. Wirklich gut. Okay. Und jetzt. Wird. Blöd. Das muss richtig gut sein. Wird. Wo ist das? Drei. 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 Jetzt geht es jetzt dr lançt auf A, A, B, R, 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 B! und Alkoholika und jetzt richten wir es an ich hole mal zwei Schüsseln ich nehme mal die beiden und jetzt nehmen sie am besten aber da das Gemisch stark ist, nehmen sie am besten nur ein bisschen Das ist Deins von Alpha Das ist doch alles Ich nehme mal Ich nehme mal Ich nehme mal Ja Jetzt ist das Das ist gut Das gilt Oh nicht noch mehr von mir und dass es den Kindern auch schmeckt Jetzt bitten wir ein Kind hier erst wollen wir das probieren? Aber du kannst das und ich kommende Finde Ja Ok Ich nehme die kleinen Läcke ich nehme wasser Da Ich nehme die kleine Läcke und ich nehme es auch Ich nehme die Chemie und ich nehme die kleine Läcke Ich nehme es nicht mehr so Zeit Ich nehme es nur zu Ich nehme es Jetzt Wir haben keine Pauze Dำ Ich nehme es Ich nehme es Schau Ich nehme es das geht halten die Löffel andersrum und jetzt guten Appetit guten Appetit sehr lecker du hast noch was trinken oder was? jetzt halten die Knaug die Klappe wir sehen es nächstes Mal auf der Michi und Sashi Show ja Ja, 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 ja!